Und jetzt wollen wir zum Abschluss noch ein zweites Anwendungsbeispiel, das auf genau der gleichen Repräsentation, nämlich dieser skelettbasierten Repräsentation arbeitet, nämlich die inverse Kinematik. Und die dreht den Prozess, den wir eben mit der Artikulation uns angesehen haben, noch einmal um. Das heißt also, die Information, die bereitsteht, ist im Prinzip das, was wir vorhin als Ergebnis hatten und das, was wir vorhin als Eingabe reingesteckt haben, nämlich die Winkel an den einzelnen Gelenken, ist das, was wir in dem Fall berechnen wollen, was wir zurückrechnen wollen. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Nehmen wir an, wir haben wieder hier so ein System aus zwei Knochen. Der blaue Punkt, dieses Gelenk hier, ist die Wurzel unseres Systems. Die ist also in ihrer Position fix. Wir haben also die Möglichkeit, um das Gelenk den ersten Knochen zu bewegen. Außerdem gibt es wieder ein Gelenk zwischen dem ersten und dem zweiten Knochen, wo wir eine weitere Bewegung durchführen können. Und gegeben diese Information können wir insbesondere auch berechnen, wo sich die Spitze unseres zweiten Knochens befindet. Das ist also der Endpunkt des zweiten Knochens. Und die Aufgabenstellung, vor der wir hier stehen, ist nun, dass wir eine Parametrisierung finden wollen, also zwei Winkel für die Gewichte, einmal hier vorne und einmal hier in der Mitte. Und die sollen dazu führen, dass die Spitze unseres zweiten Knochens auf einem Zielpunkt, einer Zielposition A rauskommt. Welche Gewicht, welche Winkel müssen wir anlegen an diesen beiden Gelenken, sodass die Spitze des zweiten Knochens identisch ist zu A oder zumindest möglichst nah herankommt, sodass also der Fehler, den wir machen, wie weit wir mit der Spitze vom Punkt A weg sind, sodass dieser Fehler möglichst gering sein soll. Und diese Aufgabenstellung und dann insbesondere natürlich die Lösung dessen, das bezeichnen wir als inverse Kinematik. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das gerechnet werden kann. Wir haben also zunächst mal wieder unsere beiden Knochen mit den beiden Längen T1 und T2. Und zusätzlich haben wir wieder unsere Transformationen, die sich aus den beiden Winkeln an den Gelenken ergeben. Das heißt also, die Transformation am ersten Knochen ist hier in unserem Beispiel erstmal nur eine Rotation um den Winkel Alpha. Und die Transformation am zweiten Knochen ist hier eine Rotation um den Winkel Beta. Zusätzlich müssen wir natürlich auch noch die Entfernungen hier, also die Längen der Knochen mit einberechnen. Das werden wir gleich noch sehen. Dazu ergibt sich dann noch ein Verschiebungsanteil. Das heißt also, die Spitze des zweiten Knochens ist ja nicht an der gleichen Position wie die Spitze des ersten Knochens. Dazwischen befindet sich noch eine Verschiebung, nämlich genau um diese Länge T1 des ersten Knochens. Und genauso die Spitze des zweiten Knochens befindet sich nicht an der gleichen Stelle wie der Startpunkt des zweiten Knochens, sondern dazwischen haben wir noch die Verschiebung um T2. Und wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen, dann erhalten wir, um die Position der Spitze unseres zweiten Knochens, also diesen gelben Punkt hier zu berechnen, eine Darstellung, die wir hier sehen können und die ich jetzt mal von rechts nach links durchgehe. Wir starten also mit einer Ursprungsposition 0,0 in homogener Darstellung, deswegen hier noch eine 1 dazu. Dann müssen wir zunächst mal um die Länge von T2 verschieben, um hier vorne rauszukommen. Dort wenden wir die Rotation am zweiten Gelenk Beta an. Das wäre die Rotation um dieses Gelenk hier. Von da aus müssen wir wieder eine Verschiebung durchführen, nämlich um an die Spitze des ersten Knochens zu kommen. Die Verschiebung um T1 und zu guter Letzt die Rotation Alpha um das Gelenk hier an dem blauen Punkt. Und wenn wir das alles nacheinander durchgeführt haben, dann bekommen wir den gelben Punkt, die Spitze von B2. Und die bezeichnen wir jetzt einfach mal als Funktionswert für unsere beiden Parameter Alpha und Beta. Also F Alpha Beta beschreibt einfach die Spitze unseres Gelenksystems und damit den Punkt, über den wir gerne reden möchten. Und was wir aber eigentlich ja jetzt erreichen wollen, ist, dass diese Position möglichst nah an unseren Zielpunkt A herankommt. Oder andersrum, dass der Fehler, der Abstand zwischen diesen beiden möglichst klein wird. Und um den Fehler zu berechnen, ziehen wir die beiden jetzt einfach mal voneinander ab. Wir betrachten also die Zielposition A. Von dem ziehen wir die Spitze unseres zweiten Knochens ab. Betrachten hier den quadratischen Abstand. Das macht man häufig, um nicht mit negativen Zahlen arbeiten zu können. Und diese Spitze haben wir ja eben festgelegt, berechnet sich als F von den beiden Winkeln Alpha und Beta. Und das, was hier rauskommt, der quadratische Abstand zwischen Zielpunkt und aktuellem Punkt, das bezeichnen wir als Fehler Epsilon für unsere Parameter Alpha und Beta. Und was wollen wir jetzt machen? Wir wollen, dass dieser Fehler minimal wird. Wir minimieren also das, was hier drin steht und suchen uns diejenigen Alpha und Beta, für die dieser Fehler möglichst klein wird. Also ein Optimierungsproblem. Das bedeutet, wir brauchen eine Vorschrift, einen Rechenweg, der dazu führt, dass wir mit unserem Fehler möglichst nah an Null herankommen. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht unbedingt immer Null erreichen. Es kann ja sein, dass unser Skelettsystem gar nicht die Zielposition erreichen kann mit den gegebenen Eigenschaften. Aber dennoch suchen wir diejenigen Parameter, für die der Fehler möglichst klein ist. Und ich möchte mit Ihnen einen Ansatz für dieses Optimierungsproblem besprechen, nämlich den sogenannten Gradientenabstieg. Tatsächlich lässt sich so ein Optimierungsproblem auf viele Arten und Weisen lösen. Und da gibt es sehr komplexe und sehr, sehr gute Ansätze. Aber die Basis all dessen, quasi die Mutter aller Optimierungsansätze, ist der Gradientenabstieg. Und deswegen besprechen wir den hier. Wir machen also einen kleinen Ausflug zum Gradientenabstieg. Der Gradientenabstieg ist allgemein ein iteratives Verfahren zum Finden eines Optimums. Das kann ein Maximum, kann aber auch ein Minimum sein. Und damit wir das hier formulieren können, werden wir zunächst mal unseren Parametervektor zusammenfassen. In unserem Beispiel hatten wir zwei Parameter, Alpha und Beta. Das funktioniert aber mit einer beliebigen Menge von Parametern. Wenn wir weitere Gelenke hätten, dann hätten wir vielleicht auch noch Gamma und Delta und so weiter. Die fassen wir also zusammen zu einem Parametervektor. Der kann beliebig lang sein. Und dann brauchen wir in unserem Gradientenabstiegsverfahren zunächst mal eine initiale Schätzung für den Parametervektor. Wir wissen da jetzt nichts drüber. Deswegen fangen wir doch mal an mit unserer Ruhelage. Sowohl Alpha als auch Beta sind erst mal 0 Grad. Und deswegen ist unser Parametervektor 0,0. Und jetzt definieren wir ein iteratives Verfahren, ein schrittweises Verfahren, wobei wir mit jedem Schritt näher drankommen an unsere optimale Lösung. Und dieses schrittweise Verfahren kann man natürlich herleiten. Das machen wir hier nicht, sondern gucken uns einfach nur das Ergebnis an. Die Schritte sehen so aus, dass wir von unserem aktuellen Parametervektor, der hat jetzt hier einen Index bekommen, weil wir eben schrittweise uns verbessern, von unserem Delta i ziehen wir ab irgendeine schrittweite S. Und die wird multipliziert mit diesem etwas eigenartig anmutenden Konstrukt. Das ist nämlich der Gradient unserer Fehlerfunktion. Und den Gradienten hatten wir schon mal, als wir über Tangenten gesprochen haben. Der Gradient berechnet sich einfach als Vektor der partiellen Ableitungen. In unserem Beispiel haben wir nun zwei Parameter, Alpha und Beta. Insofern müssen wir unsere Fehlerfunktion einmal nach Alpha ableiten. Wir müssen sie einmal nach Beta ableiten, kriegen dort zwei Werte raus. Die schreiben wir als die x- und y-Koordinate unseres Gradientenvektors. Und diesen Gradientenvektor verwenden wir jetzt, um schrittweise unsere vorangegangene Schätzung für den Parametervektor zu aktualisieren. Wie gesagt, S ist dabei eine Schrittweite. Das ist eine eigene Wissenschaft, eine optimale Schrittweite festzustellen oder festzulegen. Das heißt also, wie weit kann ich gehen, sodass ich möglichst schnell zu meinem Ziel konvergiere und dennoch nicht überschieße. Das heißt also, doch konvergiere und nicht mein System irgendwann divergiert. Wir werden hier in dieser Veranstaltung immer mit konstanten Schrittweiten, die als Magic Number vom Himmel gefallen sind, arbeiten, wenngleich man da natürlich viel, viel besser sein kann. Jetzt ist die Frage, wie wir diese partiellen Ableitungen noch berechnet bekommen. Also wir müssen einmal die Fehlerfunktion nach Alpha ableiten, einmal nach Beta oder wenn wir weitere Freiheitsgrade haben, vielleicht noch nach anderen Parametern. Und hier erinnere ich nochmal an den Differenzenquotient, der immer dann hilfreich ist, wenn man die Ableitung nicht als geschlossene Formulierung ausrechnen kann. Der Differenzenquotient besagt einfach, wir nehmen unsere Fehlerfunktion und machen für den ersten Parameter einen ganz kleinen Schritt H. H ist also eine ganz kleine Konstante, verändern uns so ein bisschen und ziehen davon den Fehler an unserer aktuellen Position Alpha und Beta ab. Das heißt, wir gucken, wie verändert sich der Fehler, wenn wir unseren ersten Parameter so ein ganz klein bisschen erhöhen und das Ganze normieren wir dann wieder, indem wir durch unsere Schrittweite H teilen. Und das, was da rauskommt, ist tatsächlich schon eine Approximation, eine Schätzung für die partielle Ableitung der Fehlerfunktion in Richtung A. Und genau das Gleiche können wir jetzt für alle weiteren Parameter H machen. Also im Falle des Parameters Beta verändern wir jetzt den zweiten Parameter um so ein ganz kleines bisschen, gucken uns an, wie sieht der Fehler denn dann aus, vergleichen das, bilden die Differenz mit dem Fehler an der aktuellen Position, teilen wieder durch unsere kleine Veränderung, unseren Wert H und erhalten damit eine partielle Ableitung für Beta. Und damit haben wir jetzt alles beisammen, um den Gradientenabstieg durchführen zu können. Der daraus folgende Algorithmus ist jetzt maximal einfach. Wir initialisieren unseren Parametervektor, also beispielsweise mit lauter Winkel 0 oder mit dem, was aktuell als Winkel eingestellt sind. Und dann iterieren wir so lange, bis wir eine zufriedenstellende Konvergierung erreicht haben. Wir bestimmen in jedem Schritt den Gradientenvektor, zum Beispiel mit den partiellen Ableitungen, so wie eben beschrieben. Und dann gehen wir schrittweise weiter, bilden einen neuen Delta-Parametervektor, indem wir von dem alten Wert unsere Schrittweite mal dem Gradienten abziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist das System konvergiert? Und da gibt es jetzt verschiedene mögliche denkbare Konvergenzkriterien. Zum Beispiel können wir so lange weiterarbeiten, bis sich das Ergebnis nicht weiter verändert. Wir können aber auch sagen, wir definieren eine maximale Anzahl an Iterationen und wenn die durchgeführt sind, hören wir einfach auf. Oder aber wir sagen, wir gucken uns immer das Ergebnis an, wo befindet sich denn jetzt die Spitze unseres Skelettes und haben wir damit unseren Zielpunkt schon erreicht? Wenn das der Fall ist, können wir ebenfalls aufhören. Das wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen mit dem ersten Abbruchkriterium, nämlich dann verändert sich das Ergebnis nicht weiter.